Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Melipotenz hat sich irgendwann einmal herausgestellt, dass ich einen ziemlich starken Samenstrahl wegschießen kann. Mit dem habe ich eigentlich viele Damen schon ziemlich in Erstaunung versetzt. Ich habe noch keinen Babi nicht gegessen oder was, aber alle anderen Viecher haben mich versperst. Sogar der Ranger, wo es keine Warzenschweine isst, hat meine Frau gemacht, wie eine Schnitzel aus einer Warzenssau. Ein Großes, ein Großes der Gewöhnlichkeit. Guten Morgen, Schabzi. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.